... ... ... Hallo, ja auch jetzt ist es endlich soweit... ...nein... ...nein bleib stehen! Ich hab die Hand gehoben für'n Schnitt! Können wir ihn nachher dann auch noch rein stellen, der sich den Wolf probt. Ja jetzt ist es auch bei mir soweit. Man hat mich nominiert für die Ice Bucket Challenge. Ich hab dann allerdings feststellen müssen, dass viele schon den Sinn dieser Aktion einfach vergessen haben. Da geht's dann nur noch um Einladung zum Grillen, Hamburger für alle und Spaß und sowas. Einfach nur nass machen und fertig. Dabei ist ALS eine ernste Erkrankung des Nervensystems, wodurch nach und nach die Muskeln... ...nicht... ... Wolltest du reingehen? Das Akku ist gleich leer! Der war so lange rein! Nimm das Ding mit und tauch und dann einfach... Nein, brauchst du nicht! Stell dich bitte dahin! Boah! Ja! Ich war das doch gar nicht! Ich hab das noch nicht mal hingekommen! Ja, aber ich sag doch, das ist so! Fertig! Hallo! Jetzt ist es auch bei mir soweit. Man hat mich nominiert für die Ice Bucket Challenge. Ich hab dann aber festgestellt, als ich danach geschaut habe, dass viele diesen Sinn dieser Aktion einfach vergessen haben. Da geht es dann nur noch um einladen. Hier, es kommt das Flugzeug. Hör bitte auf eine Blumen zu knibbeln, das hört man alles. Warum tust du dich so schwer? Das hab ich ja noch nicht mal gehabt. Weil ich es gerne richtig habe. Du weißt, dass er das mitkippte. Ja, darum hab ich ja die Hand gehoben. Für'n Schnitt. So, kannst jetzt wieder runterkommen. Danke. Stell dich bitte da hin, ich schneid das nachher. Und die Patienten können irgendwann nicht mehr schlucken, nicht mehr richtig atmen und nach drei bis fünf Jahren kommt dann schon der Tod. Und du stellst dich bitte da hin. Aua! Scheiße! Macht man nicht alles für ein bisschen Spaß hier? Jetzt ist der Balkon sauber. Zugang und Cl somewhere. Wenn du dich mal jemanden und ich mich fest. Ich scheche, dass du dich nicht zu sein. Du bist immer mit.